Für viele ist Mission Geschichte und gehört ins letzte Jahrhundert. Für Papst Franziskus nicht, denn er versteht Mission heute ganz anders. Getauft sein heißt eine Mission haben. Überall auf der Welt. Für jeden Christen. Entdecke deine Mission. Vielleicht nimmst du dir Zeit für deinen kranken Vater, obwohl du gerade im Stress bist. Oder leitest in deiner Gemeinde eine Jugendgruppe. Oder du setzt dich für Menschenrechte ein. Schlechte Nachrichten gibt es wirklich genug. Lass uns einfach nur Gute schreiben. Druck die Seite Hashtag MyMission aus. Mach ein Foto mit deinem Statement. Poste es auf Facebook oder Instagram unter Hashtag MyMission. Teil dein Engagement mit allem.